Grüß Gott meine Damen und Herren, ich möchte Sie recht herzlich hier von Schloss Kornberg begrüßen. Mein Name ist Andreas Barlow und wir befinden uns heuer in einem Juweläumsjahr. Meine Familie hat 1871 dieses Schloss erworben und seit diesem Zeitpunkt haben unsere Familienmitglieder hier Höhen und Tiefen erlebt. Das Schloss als solches stand aus dem 13. Jahrhundert. Wir haben es in den letzten Jahren versucht zu öffnen, seit 1971 eigentlich beginnend mit den Feldbacher Sommerspielen und danach Zug um Zug haben wir dieses Haus der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Mein Name ist Sonja Skalnik, ich bin hier im Schloss für den frischen Wind zuständig. Wir planen gerade die neue Ausstellung 1871, eine abenteuerliche Reise in die Vergangenheit. Mit dieser Ausstellung möchten wir das Schloss ein Stück weiter eröffnen und neue Möglichkeiten bieten, Geschichte völlig neu zu erleben. Eine virtuelle Reise ins Jahr 1871, sprechende Bilderrahmen und vieles mehr. Dafür haben wir wunderbare Pakete zusammengestellt, die Ihnen die Möglichkeit geben, exklusive einzigartige Erlebnisse hier auf Schloss Kornberg zu haben. Sind Sie neugierig? Wollen Sie uns auf dieser Reise begleiten? Ich freue mich, wenn Sie dabei sind und wir Sie hier persönlich begrüßen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020